Ich habe geworben dafür, dass auch der Standort Österreich aufs Radar von Apple gerät. Ich verstehe vollkommen, dass wenn ein Mitarbeiter einen falschen Namen angibt und die Rechnung nicht zahlt, dass man da irgendwie sich denkt, was ist denn da los? Sie können uns einfach auch unsere Erlebnisse nicht absprechen. Ein guter Teil meines Teams war nach diesem Wahlkampf so geschafft, dass einige zentrale Akteure sogar gesagt haben, ich mache einen Schritt zurück. Also nennen Sie Message Control, ich würde es Professionalität nennen. Ich könnte Ihnen jetzt ein Dutzend Namen aufzählen an Personen, die ich öfter getroffen habe als einen René Benko. Ich finde es, glaube ich, sinnvoll, dass wir als Staat doch einen religionsfreundlichen Zugang pflegen. Ich bin jetzt ewig lang aufgrund meiner Haltung in der Migrationsfrage kritisiert worden. Ich war einmal bei einer Veranstaltung mit dem Kardinal bei 10.000 gläubigen Christen aus 47 Ländern und auf einmal hat es geheißen, wir sind alle Fundamentalisten.